Jeder hat mit Belogen sogar die OSS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederzterrestiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Die Stadt Feiglinge! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Verreicht ein Versager! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält. Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion im Loppe hindert. Ganz Europa! Widerstand in den Weg gelegt! Allein auf mich gestellt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin!